Das gewisse etwas, was du in diesen ganzen Sets nie hast, wir haben einen Multi 4 in 1 Schlüssel dazu gepackt, also das heißt ein Ratschenschlüssel mit vier Größen, in dem Fall ist das hier ein Husky, der kostet 14 Euro, wir haben 10, wir haben 13, 17 und 19. Das sind eigentlich die Größen, die du immer brauchst, ne? So, ist auch schön gearbeitet, auch der passt hier wunderschön rein, das ist auch alles relativ eng hier in der Einlage, das ist so saugend, dass das nicht sofort irgendwie rausklatscht. Übrigens, wir können natürlich auch ein bisschen länger, einen Link zum Bauform24 Hauptkanal in der Profilbeschreibung.